Hallo zusammen, hier ist wieder Chala und heute bin ich wieder für euch in Battle for SWD unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Patch-Goldguide präsentieren. Und dazu bin ich einmal in Voldoom während eines Übergriffs der Allianz auf das Gebiet. Und zwar sind wir dort bei den Koordinaten 41, 42. Und während diesem besagten Übergriff können wir uns zwei Pets holen, und zwar eins der Allianz und eins der Horde. Wir haben nämlich hier einmal die neu zusammengebaute Mechanospinne, das ist dieses Viech. Und ja, wo werden wir das herbekommen? Da steht eine Spinne. Und dann haben wir hier den neu zusammengebauten Gorilla-Bot. Und wo werden wir den herbekommen? Ja, hier steht ein Gorilla. Wie funktioniert das Ganze? Auf dieser besagten Brücke haben wir zwei Roboterviecher. Und die werden aufgeladen durch, ja sowohl hier bei der Horde einmal einen Goblin und da drüben haben wir einen Gnom. Die laden quasi diese Maschinen auf. Und diese Maschinen werden dann gegeneinander kämpfen. Ihr seht, jetzt sind sie gerade voll aufgeladen und es geht los. Sie kämpfen gegeneinander. Eigentlich sagt die Energiebar so ein bisschen voraus, wer gewinnt. Jetzt haben beide irgendwie Null. Mal gucken, wer jetzt hier gewinnen wird. Interessant für uns ist, dass sie jetzt gleich gegeneinander kämpfen. Und der Roboter, der quasi den anderen umhaut, das ist meistens abhängig von der Energie, wenn jetzt beide Null haben, weiß ich gar nicht, was ehrlich gesagt passiert, ist es so, dass der halt, ja, Loot droppt, der verreckt. Ja, und heißt, wenn die Spinne stirbt, dann hat die Horde gewonnen und die Horde kann looten. Und wenn die Spinne den Gorilla umhaut, dann, ja, ist es so, dass der Gorilla dann den Loot droppt. Man kann nicht direkt looten, sondern es wird so eine kleine Kapsel hinterlassen. Auf diese Kapsel kann man draufdrücken. Und wenn man auf diese Kapsel draufdrückt, dann kommen drei verschiedene Items raus. Das sind, je nachdem, welche Fraktion man hat, bei der Horde und Allianz verschiedene Items. Wenn man alle drei verschiedenen Items hat, kann man die zusammensetzen und kriegt das Pad. Das werden wir jetzt hier einmal machen. Also ich drücke jetzt hier mal drauf. Ich habe das Glück gehabt, dass ich drei verschiedene Items habe. Man kann, wenn man die Kapsel drückt, auch die Problematik haben, dass man dreimal das gleiche Item kriegt. Man braucht drei verschiedene, um dann die Spinne oder wenn man Allianz ist, quasi den Affen sich zusammenzubauen. Ja, jetzt habe ich hier quasi einmal die Spinne. Das lernen wir jetzt mal. Und dann können wir sie uns jetzt auch gleich mal angucken. Wo haben wir sie? Hier oben, da ist die Spinne. Und die müsste man eigentlich auch im Auktionshaus verkaufen können. Deswegen auch Goldgeld. Genau, man kann sie in den Käfig packen. Und ja, hier steht jetzt gerade dran, 169.000 Gold. Das ist relativ viel. Ihr müsst immer sehen, man kann pro Invasion mit demselben Char nur ein Teil looten. Das heißt, wenn man Glück hat, hat man nach drei Wochen, weil der Durchlauf ist gut sechs, es sind sechs Invasionen. Eine ist etwa am Tag, es sind etwa sechs Tage, was dieser Ding ist. Also man kann fast sagen, dass man drei Wochen braucht, wenn man immer unterschiedliche Items kriegt. Man kann natürlich sein, dass man einmal das erste kriegt, dann nochmal das erste, dann das zweite, nochmal das zweite. Dass man Pech hat. Also es kann auch über einen Monat dauern, dass man das Pad zusammenkriegt. Deswegen ist der Preis relativ hoch. Und ja, pro Invasion kann der eine Char nur einmal dieses Item looten. Da seht ihr, jetzt ist der Gorilla verreckt. Jetzt haben wir hier diese Kapsel, die kann ich nicht looten, da das eh das Allianz-Item ist, beziehungsweise ich natürlich in der Invasion schon einmal reingelootet habe. Deswegen, wenn ihr viele Charts habt, schaut hier vorbei, stellt hier ab, lootet das Ding immer. Und ja, haut das Ding ins Auktionshaus. Weil viel Aufwand ist es nicht, ihr müsst nur hierher gehen während der Invasion und das einmal rein looten. Mehr ist es an sich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass das Allianz-Pad eh ähnlich teuer ist. Vor allem müsst ihr sehen, man kann im Auktionshaus natürlich von einer anderen Fraktion das Ding kaufen. Aber wenn jetzt jemand nur Allianz-Charts hat und keine Horten-Charts hat, dann wird er sich zwangsläufig das Pad kaufen müssen. Und dementsprechend ist der Preis auch deswegen relativ hoch von dem Pad. Kann ich also nur empfehlen, mit vielen Charts einmal hier vorbeizugucken. Und ja, das war es eigentlich mit dem kleinen Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Wenn noch weitere Fragen sind, gerne in die Kommentare. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.